Ein Jahr nach der Wahl stellt sich unsere Regierung dem härtesten Untersuchungsausschuss der Welt. Wir sind wieder da. Wir sind die erste Schulklasse, die den Bundeskanzler in seinem Büro besuchen darf. Und wie ist es da? Wer weiß. So habt ihr die drei noch nie erlebt. Dieser Ausschuss stellt die wirklich harten Fragen. Haben Sie Angst vor Putin? Wenn Deutschland uns angreifen würde, hätten wir dann den dritten Weltkrieg. Was haben unsere Politiker diesen knallharten Reportern entgegenzusetzen? Kannst du regieren? Am Donnerstag um 20.15 Uhr in Sat.1.